Heute ist Donnerstag, Uschi. Oh. Oh, mir ist heute irgendwie wie Freitag. Ja, siehste, dann hab ich ja noch genau ne Woche. Siehste? Ah, ich denk mal, das wird schon zum Machen sein. Das krieg ich schon hin. Allerdings sag ich ja, dann sei du halt immer dabei, wenn du kannst und dann passt das schon. Also immer so ab halb zwei. Solltest du vielleicht doch mal sich die, äh, ab, 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 ab halb zehn. Jetzt geht das schon wieder los. Solltest du sich die Zeit doch mal ändern, kann ich dir ja Bescheid sagen. Ich weiß ja nicht, wie du nächste Woche arbeiten musst. Und ich weiß auch nicht, wie, wie hast du eigentlich am Wochenende Zeit? Erzähl doch mal. Komm, machen wir einen kleinen Kaffeeklatsch. Scheißegal, dass uns andere zuhören können und das irgendwann auf YouTube sehen. Wer hat uns schließlich so lange nicht mehr gehört? So, die anderen Sachen gingen hier eh nur mit Dings auf. Hier mit diesen komischen Schneider. Und ich hab noch keinen Schneider. Äh, nicht über die Leichen laufen. Warum auch immer. Es sind virtuelle Leichen, aber ich habe Respekt vor Leichen. Vor den Toten. Ganz ruhig. Okay. Okay. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Ha, große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebiebt. Ich hab's gesehen. Ha, meine Liebe. Das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Okay. Wie heißen Sie? Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommtzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na los, Süße. Siegsen Communications befindet sich im Sistek-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Da lauern so einige Gefahren. Okay? Äh, wie, ja, ich hab mir das grad durchgelesen. Äh, okay, äh... Na los, ich will nicht lange hier rumhängen. Ja, also, äh, wie gesagt, äh, da du mir jetzt auch eigentlich so direkt keine genauen Angaben gegeben hast, verbleiben wir einfach so. Sollte ich mal doch mal vor halb zehn streamen. Und das würde am Wochenende wahrscheinlich so passieren. Also abends vor halb zehn. Werde ich dir schreiben. Und... Ja, ansonsten bleibst du vor halb zehn. Und dann kannst du ja reinkommen oder halt nicht reinkommen. Du kriegst ja, glaube ich, immer eine Benachrichtigung, oder? Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Bleiben Sie bei mir. Was? Hey, keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin Sean. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat Ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna? Na los, okay? Es... Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich hab da Geräusche gehört. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren Sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Ja, genau. Nur manchmal später, aber ich bekomme sie, sagt sie. Ähm... Ja, wie gesagt, Ria ist ja dann halt, äh, halb zehn bleibt. Äh, sollte doch mal einen Tag... Wenn die Zeit sich ändern, äh, sag ich dir dann Bescheid. Also jetzt am Wochenende wird's nicht um halb zehn sein, da bin ich mir sicher, da werde ich vorher streamen. Aber da schreibe ich dir dann und in der Woche bis Donnerstag dann halt, wird's auf jeden Fall halb zehn sein. Daran wird sich nichts ändern. Und dann weißt du da Bescheid, ne? Moment. Lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Fahrstuhl rufen? Hm, ich speichere hier erstmal, das ist erstmal mir voll wichtig. Und weil die Station alt und eigenwillig ist, kannst du einen Fahrstuhl besser rufen als ich, weil ich bürde es nur dir ein. Drücken Sie den Knopf. Du stößt dir bei den Kopf, wenn du noch ein bisschen größer bist. Hehe. Würde mich ankotzen. Seien Sie hier bloß ruhig, es könnten Leute unterwegs sein. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort! Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort! Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein. Was anderes. Ein Monster. Was guckst du denn, du so entsetzt? Guck mal, wie er aussieht, Alter. Er guckt wie so ein... Weiß ich nicht. Was? Halten Sie L1 und bewegen Sie den Analogstick, um Sie zur Seite zu lehnen. Au, ja, cool. Bist du wahnsinnig? Ui. Ui. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Genau. Du machst mich nervös. Einfach alle zerschießen. Das ist die beste Option. Ach, das ist gesperrt? Sachen gibt es. Ja, aber wie denn? Ach, naja, den Knopf hätte ich da selber nicht drücken können. Ist ja auch interessant. Und durchklettern hier. Hallo. Es sind keine Fremden, nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich zieh Sie nicht auf, Herzchen. Wenn Sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist Ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen Sie. Man nennt es Überleben. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Na, das lasse ich mir ja nicht zweimal sagen, ne? Aber irgendwie scheint ja hier nicht so viel los zu sein. Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnacken. Oh, Miss November. Sieht echt komisch aus. Taschenlampenbatterien. Und wo ist die Taschenlampe dazu? Ich weiß noch nicht. Ja, wo ist die denn? Warte mal. Er sagt, wir sollen uns die Taschenlampe nehmen. Aber wo ist die denn? Hallo? Irgendwas übersehe ich doch hier gerade schon wieder. Hier sind ja nur die Batterien gewesen. Ach, da ist die Taschenlampe. Ah. Sehr schön. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Ja, wir müssen auch die Batterien sparen. Und durchklettern. Und ja. Versuchen wir doch mal gleich unseren neuesten Rungenschaft aus. Ist doch sehr schön. Wir haben Licht. Und wir kommen auch voll ohne Licht an. ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Finden Sie den Schachteingang. Aha. Wie wäre es, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen nirgendwo hin. Ja, mache ich doch schon. Bleibt doch mal ganz ruhig. Ich schaue mich doch schon um. So, alte, meine Augen fallen schon zu. Also verabschiede ich mich für heute. Du machst ja auch nicht mehr lang. Also bis dann. Alles gleich hin. Nö, lange mache ich nicht mehr. Ich werde jetzt nur... Ich... Du kannst auch noch, wenn du witzig, ich weiß, dass ich nämlich in fünf Minuten zu Ende mache. Du kannst dir die fünf Minuten noch angucken. Dann siehst du das Alien auch einmal. Oh, jetzt habe ich es verraten. Verdammt. Ach, geh bloß. Scheiße. Nein, wir sehen das Alien noch nicht. Das ist alles Lüge. Lug und Betrug. Nein, aber ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Nacht. Und ja, dann hoffe ich ja, dass du dann morgen halt auch dabei bist. Auch wenn es dann auch nicht lange ist. Ist nicht schlimm. Ich verstehe das. So, wo ist denn jetzt aber nur der Lüftungsschacht, durch den wir durch müssen? Axel, ist es der hier? Warten Sie, ich komme ja schon. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie? Ich habe alles unter Kontrolle. Jaja. Los jetzt. Du Spoilersau. Ja, ich kann ja nichts dafür. Das ist mir so rausgerutscht. Ich sage ja, ich habe nichts verraten. Siehste, guck mal. Ich habe mich doch geirrt. Ich würde trotzdem noch fünf Minuten bleiben. Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Toll, wir sehen seinen Hintern. Ist ja lustig. Das ist also Ihr Schiff, wie? Siehste, genau dafür solltest du nämlich bleiben, damit du dir noch in Ruhe seinen Hintern angucken kannst, weil ich meine, ne? Ein toller Hintern kann auch erzücken, oder wie auch immer dieses Sprichwort geht. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der Sauer wird. Es kommt mir vor, als stünden wir nur rum und warten auf den Tod. Folgen Sie mir. So, ich beeile mich jetzt auch extra schon, damit ich zu der Stelle komme, wo ich eigentlich Schluss machen wollte. Jetzt machen wir mal Platz hier. Ich muss mich beeilen. Maria will ins Bett. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Naja, okay. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Wir sind eine Waffe. Ihr könnt mir nicht ankommen. Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Ich führe. Ja, ja. Ich weiß nämlich schon, was ich machen soll. Deswegen mache ich das jetzt einfach. Er sagt uns jetzt eigentlich praktisch, wir sollen uns vorbeischleichen und die ablenken. Genau, das mache ich jetzt nämlich auch. Aber wir haben Zeitdruck. Maria will ins Bett. Und ich will nämlich an der einen Stelle beenden. Und das soll Maria noch sehen. So. Ich glaube, ich wiederhole mich. Aber das ist ja jetzt mal auch scheißegal. Was ist? Hast du dich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey, der war die ganze Zeit bei mir. Was war das denn? Der Generator ist abgestellt. Ich war's nicht. Hast du mal ausgeschaltet? Nein, jemand ist hier. Sehen Sie mal nach. Komm mit. Wer will wen töten? Ich bin noch zu jung zum Sterben. Scheint nicht kaputt zu sein. Woher wird gut sein? Der Generator durchgebrannt. So. Für mich gibt's ja eine extra Wurscht. Juhu. Naja, aber nur ausnahmsweise. Gewöhn dich nicht dran. Gewöhn dich nicht dran. Guckst du denn so doof? Komm jetzt. Was soll ich denn da? Stehen die so doof rum? Wir werden auch nicht jünger. Oh, Menno. Ja, wo kommen wir denn da hin, wenn du dich nachher dran gewöhnst? Ich meine, Ria. So, was haben wir hier? Ein Auge zudrücken. Genau, siehste. Genau, das hast du auch gerade gemacht. Ein Auge zudrücken. Es habe endlich das erwähnte Zeug ergattert. Der Schief wird gar nicht bemerken, dass etwas fehlt. Bei der Schließung einer Station gibt immer was verloren. Machen Sie sich keine Sorgen um den Zoll. Sinclair hat seine Truppe gesagt, sie sollen fünf gerade sein lassen. Die sind wahrscheinlich sowieso zu sehr mit Faulenzen beschäftigt, als dass ihnen irgendetwas auffallen würde. Qualität hat eben ihren Preis. Zwei-Mann-Regeln. Oh mein Gott. Nurse und Lennart. Sie beide haben die ersten Schicht an der Tür also aufgepasst. Hier steckt eine Menge Arbeit drin und wir wollen keinen Einbrecher, nur weil sie die Anweisung nicht richtig gelesen haben. Das hier ist ein Schloss nach den Zwei-Mann-Regeln. Will heißen, man muss das Tor von zwei verschiedenen Konsolen aus gleichzeitig öffnen. Die meisten von uns kennen sich nicht. Das ist also die sicherste Art dafür zu sorgen, dass alles hier sicher ist und sich niemand mit unseren Sachen heimlich aus dem Staub macht. Wechseln Sie sich während Ihrer Schicht ab und informieren Sie den jeweiligen anderen, wenn jemand von uns rein oder raus muss. Jetzt verstehe ich noch nicht, wenn die sich nicht kennen. Wie ist denn das denn bitte sicherer? Das gilt nur für uns und sonst niemanden. Egal wie sehr jemand bettelt und was für eine herzerreißende Geschichte er erzählt. Achso, nur weil die sie... Ach ja, okay, untereinander. Meine vorherige Gruppe ist weich geworden und jetzt bin ich als einzigster übrig. Vertrauen Sie niemanden. Nein, wir vertrauen niemanden. Inventar... Ja, Drogen, Zahnpasta, Wasser, Aspirin. Notiz, Monitor neigt sich dem Ende. Zoe kann sich ein paar Medikamente schnappen. Alle an dieselbe Person adressieren. Die werden wohl nicht mehr gebraucht. Okay. So, dann haben wir das auch. Los, schnell! Lauf hin, Obi! Strom wieder herstellen. Das war so klar, ne? Warum sollte er denn schließlich auch rumgehen, ne? Das ist doch so logisch. Fertig. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Axel, hinter Ihnen! Was? Arschloch! Komm her! Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach verdienen. Da werden wir eben mal aus und Seite helfen, wa? Mir ist klar, dass du tot bist, oder? Du bist tot! Pass auf! Jetzt ist er wirklich tot. Shit! Hauen wir ab! Die anderen sind unterwegs. Wir müssen los! Jetzt! Hey, ihr Sackesichter! Schnell! Düs, düs, düs! Scheiße! Ich glaub, er ist tot. Wir haben ihn umgebracht. Lauf schneller! So. Hier wollte ich hin. Sie haben ihn getötet. Weil er mich töten wollte. Er oder ich. Hier. Geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Ich höre was. Axel? Scheiße. Was ist das denn? Da ist es! Wir haben es trotzdem noch nicht wirklich gesehen. So. Ja, wir ist gut. Ja, wir ist gut. So, dann rennen wir hier natürlich mal schnell weg. Aber genau hier wollte ich nämlich noch hin. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt hier irgendwie gespeichert hat. Na, naja, nee, jetzt kommt gleich die Stelle. Weil wir sind ja jetzt hier am Arsch. Ich denk mal, wir sollten hier auch jetzt nicht lange bleiben, weil das, was ihn getötet hat, kommt sicherlich auch um uns zu töten. Also, schnell weg. Ich mein, ich könnt, ich könnt jetzt hier stehen bleiben und ich bin mir sicher, es würde uns holen. Dann würden wir es einmal komplett sehen. Aber hey, wir wollen ja die Spannung noch ein bisschen aufrechterhalten, oder? Mach hinne! Oh, oh. Das frisst doch nicht lange an dem Typen. Oh. Scheiße. Kommt es schon? Nein. Schneller! Alter, mach mich nicht wahnsinnig. Der Ton macht mich gerade ein bisschen krank. So ein bisschen so. Aber nur ein bisschen. Naja, endlich. Und schnell weg, weg, weg. Verdammt. Es ging nicht schnell genug. Da hat es uns auch erwischt, ne? Tja, gesehen haben wir es jetzt immer noch nicht. Aber jetzt ist ja sowieso so, dass wir den nächsten Speicherpunkt laden müssen. Und damit können wir uns ja dann trotzdem gleich mal verabschieden. Mwahaha, sie freut sich. Arschkeks, ne? Kann ja nicht sein. Naja, ich meine, was soll's. Vielleicht habe ich das ja auch mit Absicht so gemacht. Hä? Weil ich ja weiß, dass der nächste Speicherpunkt überhaupt gar nicht weit weg ist. Wir werden es nie erfahren. Wir werden es nie erfahren. Aber ich sage ja, jetzt irgendwie so zwei Stunden Spiel von dem Spiel kenne ich halt irgendwie noch. Und dann kenne ich es auch nicht mehr. Aber so bleibt wenigstens die Spannung. Und wir sehen morgen dann vielleicht mal das Alien komplett. So. Ja, wie gesagt. Ja, genau, Maria. Das ist so. Ja, alles klar. Denn aber, ne? Ria, ich wünsche dir noch eine gute Nacht. Für alle anderen, die mir zuschauen. Euch wünsche ich natürlich auch eine gute Nacht. Ja, und dann sage ich mal so ganz pauschal einfach mal bis morgen, ne? Tschüss. Macht's gut. 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 Gut.